Haus wieder. Auf dem Weg werde ich wieder den Tempel finden. Hier ist eine Lava-Grotte. Action? Mal was gucken. Wenn ich hier bin und dann das aufmache. Oh. Ah. Okay, dann sieht die an. Entschuldigung. Gut zu wissen, ne? Okay, dann fangen wir los. Einfach erstmal in die, wenn ich drüber fahren. Jo. Und aufpassen, dass ich von dem, was ich schon so werde. Das klingt ja einfacher als gedacht. Da ist das Unterwasser-Ding, wo die Zombies waren. Ja. Was das genau ist noch keine Ahnung mehr. Aber es ist irgendwas. Ein Tempel? Eine Stadt. Okay, das passt schon mal. Jetzt kann ich mir ein bisschen verschwimmen. Das ist super. Ja, so passt ungefähr. Warte, ich hab was heilengelassen. Mein Bogen wird gespüchen gerade. Ich weiß nicht, wo er ist. Oh, toll. Ich hab meinen Bogen verloren. Ja, nee. Der ist weg. Mein Bogen ist hier das schwerste zu kriegen wie das. Alles gut. Ich hab ihn wieder. Alles gut, alles gut. Ich hab ihn wieder. Kein Problem. Easy peasy. Ich immer zu Lagen pflege. Mit immer meine ich. Gerade zum ersten Mal. Überhaupt. Ever. So. So. Da ist... ging etwas. Ach, das Korallenriff ist hier genau. Ich erinnere mich. Hier war... Nämlich Korallenriff. Der ist Seegras. Der Seegras war bis hier. Ja. Oh, hier ist ein Seegras. Aha. Hier war ich doch. Auf jeden Fall schon mal. Hurra. Hier war ich. Das weiß ich jetzt wieder. So. Nee, ich bin mir in den Stunk. Ich bin leicht vom Kurs abkommt. Da ist das Schiff. Da ist das Wrack. Das Wrack, das ich gefunden habe. Mit der Schatzkarte, die mich recht gut versorgt hat. Mit dem Herz des Meeres. Was Kanuk. Hübsches, der Gäste. Das hat bestimmt genutzt, aber ich weiß nicht. So. Dann gehe ich gleich schlafen. Man kann den Tag neu starten. Da ist meine schlechte Mautohütte. Yeah. Juhu. Meine verdammt schlechte Mautohütte. Kannst kaum erwarten. Glaube ich. Zumindest. Ja. Ja. Kann ich's, kann ich's nicht. Kann ich's, kann ich's nicht. Aber so ein... Äh, oder äh. Kann ich hier mal kurz eine Schneide reinbauen? Eine kleine. Und wenn ich ein Sport habe, wo man Brot rein kann. Ja. Alles okay. Danke. Und ich schlafe. Nice. Und es riechen kann ich noch nicht so viel. Ah, okay. Ist aufgehört. Aber das glitzt da. Ich will selbst töten. Ich krieg was dafür. Ich krieg nichts. Mir egal. Hier. Juhu. Knochen. Warte nicht, was ich wollte, aber hey, Knochen. Gratis. Gratis Zeug. Oh. Oh, das ist ein spannender Zombie. Mit dem will ich mich mal anlegen. Warte. Warte, Dude, ich komm zu dir. Warte, Mama, Dude. Ich komm mal zu dir. Ja, mit dem will ich eigentlich nicht kämpfen gerade. Nein. Die Chance krieg ich auch nicht. Ich muss den E-Weg einfach auf. Von daher. Jetzt hab ich Arbeit dran. Okay, lasst mich. Ich arbeite. So, da ist er. Hey, Bro. Ich kann kämpfen jetzt, wenn du willst. Mit dem, ich kann dich kämpfen. Ich kann dich gegen dich kämpfen. Also, ich kann mich schon erfinden. Ich fasse das. Nein, ich hab denke mir, was coole. Ist ne, so wie. Wie umsonst hier reingebaut. Ah, nicht unbedingt, ich würde eh rein. Und da passt das schon. Äh, Kies? Ja, das ist Kies. Das ist nämlich Eisen. Das Eisen, nehm ich mir mit. Ich finde nämlich mit. Wäre dumm, es nicht mitzunehmen. Von daher. So, hier ist der Weg, die ich hier hochnehmen kann. Okay. Oh boy. Wo hab ich... Ein Fackel. Warte. Ich hab's irgendwo Fackeln. Okay. Alles gut. Ich hab Fackel. Penner. Komm her. Komm her. Hast du ja selbst getroffen? Idiot. Ah ja, das geht tief. So tief wollte ich's eigentlich nicht rein. Muss ich sagen. Ist noch nicht. Ah, perfekt. Danke. So, ich wollte das hier holen. Idealerweise würde ich noch irgendwo Diamanten finden. Das wäre natürlich perfekt, aber... Das würde ich jetzt nicht geben. Gut. Nice. Oh, die Spinnen hab ich nicht gesehen. Ich hab auch nicht anscheinend. Nicht gut. Jetzt hat sie mich gesehen. Fuck. Oh Gott. Verbrennt. Verbrennt. Soll ich neben mir? Mit... Iron irgendwas? Essen. 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 So. Nein. Oh. Ein Glück darf ich die aufnehmen. Das wird uns extrem bitter wichtig. Ich bin.